So, da bin ich wieder. Geil, das funktioniert ja heute tatlos. Cool. Das ist doch super. Da will mir ein Twitch, glaube ich, heute einen Gefallen tun. Ja, das ist aber auch ein Ding, ey, dass man da nicht irgendwie mal sagen kann, komm, der kann den Stream weiterlaufen lassen, nur Spielwechsel fertig, mein Gott. Ne, ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall funktioniert es, es läuft, das ist super, das ist grandios, diese Musik. So, neues Spiel, wahnsinnig, ja, bin ich, möchte ich machen. Und dann geht's auch schon los. Was? Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentimeter, ach nee, was? Zehn zahme Ziegen zogen zehn Zentner Zucker zum Zoo. Gott. Die haben einfach angelassen, das startet jetzt automatisch. Oder so. Über die Playstation, das geht natürlich auch, einfach anlassen. Ich hab zwischenzeitlich gar nicht mal reingeguckt, was man in die Typ-Channel sagt. Ich schau mal eben, ob da... 229. So, ich hoffe, ich hab's nicht verlernt. Ich hoffe, ich bin konzentriert genug, um, ja, durchzukommen. So, ich fühle mich bei mir. So, ich trat... So, ich hoffe, ich iPhone wie ihr da... Wen höre ich denn da im Hintergrund? Äh, das hat's dem Augenringe. Kannst du gerne machen, Angelrock? Ja, ich nehme die an, sobald ich den Stream beendet habe. Wenn ich mal vielleicht nicht am selben Tag annehme, bitte nicht böse sein. Ja, aber du kannst gerne halt Freundschafts-Anfragen schicken. Kein Ding. So. Prost zusammen. La, 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 la. Und weiter geht's. HSV-Fan, hey, alles klar? Ja, wir haben Evil... Ach, Evil, ich bin schon fertig mit dem Salat. Resident Evil hinter uns gelassen. Jetzt gerade GTA und jetzt geht's grandios weiter mit Outlast. ist ein Muss quasi für die 100. Folge. Und ich hoffe, ich krieg's hin. Ich hoffe mal. Jo. Wenn nicht, spiel mal das bis zum Ende. Bis 8 Uhr. Das ist egal. Auch egal. So. Ist noch alles locker... Locker... Auf dem Hocker. Alles fit im Schritt. Äh... Der Hocker ist... Ja, ist alles soweit noch... Alles soweit noch ganz easy. Es müffelt ein wenig unten im Schritt. Aber ansonsten geht's. Äh... Luciana. So. Hochkonzentriert. Geht der Reflex an die Sache. Hast du eigentlich eine Stunde Pause gemacht? Ja. Hatte ich gemacht. Ja, ja. Ja, ja. Hatte ich gemacht. Die war... Äh... Noch heute Morgen war die gewesen. Die Stunde Pause. Die hab ich mit Consumer zusammen gemacht. Da hab ich was gegessen. Ein bisschen gequatscht hab. Die Füße hochgelegt. Auf dem Sofa. Aber ich glaub, ich werd trotzdem noch mal ne Pause brauchen nachher. Ich denke mal so gegen... Ja, ich sag mal so 2 Uhr. Denk ich mal, dass ich nochmal ne größere Pause mache. Und dann geht's dann groß auf Finale zu. So. La 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 la. La 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 la. Äh... Die Quali im Stream ist der Hammer. Ja, ich sag ja. Heute will Twitch mir echt einen Gefallen tun. Die wollen bestimmt, dass ich Partner werde. 100%ig. Das ist... Ein Hoch auf die Leitung. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Kennt den einer von euch? Den Pete. Von Rute. Gibt's auf YouTube. Müsst ihr mal eingeben. Rute. Ich glaub Rute TV. Dann müsst ihr mal Pete eingeben. P-E-E-T. Ein Hoch auf die Wissenschaft. Der muss mal so Präparate... Muss der immer testen. Von dem Doktor. Zum Beispiel das Präparat nie mehr... Äh... Das niemand mehr... Müssen muss. Oder müssen muss. Irgendwie sowas. Und dann fängt er an riesige Swimmingpools auszutrinken und sowas alles. Na, musst du Pipi machen? Nein. Das ist so geil. Guckt euch das einfach mal an. Pete. Oh, Pete. 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 Nimm diese Tablette und wir schauen mal, was geschieht. Pete. Kann ich nur empfehlen. Obwohl die anderen sind auch geil. Kopf, äh... Kopfkirrwis ist cool. Das ist der Song. so und das ist auch heute so wunderbar läuft auch über die playstation sofort gefunden auf eine male und das ist nicht super so es ist ein kleiner schritt für die menschheit aber ein großer für uns so könnt ihr euch ja schon mal überlegen was das nächstes kommt im stream während ich ja gerade durch marschiere was hier da andere will du liebst ja auch noch aber du liegst aber lange im bett du langschläfer immer diese faulpelze müssen spät aufstehen nimm dir mal ein beispiel an die anderen die waren halt schon um 8 uhr wach ja frage 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 im chat hier unten frage die ja die werden es mir bestätigen die waren alle schon um 8 uhr da du nicht du hast bestimmt noch mit deinen finger irgendwo rumgefummelt bis jetzt gerade so prost sechs stunden und lass mich ich lasse dich auch ich sag ja nur das war die wahrheit minecraft stand minecraft könnte man eigentlich auch mal wieder ein bisschen spielen könntest du silent hill spielen pt meinst du mit dieser sehr kurz und bin ich relativ schnell zu zügig durch außer das ende funktioniert natürlich nicht mehr halb neun schon gta gezockt genau in die kinder schon halb neun gta gezockt das merkel ich mache fehler erst pt dann minecraft ich war ab 37 hier jetzt kriegst du richtig an der welt jetzt kriegst du volles programm jetzt kriegst du von allen seiten nein nicht das pt das normale wie das normale was mit was wie es halt was 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 habe ich habe ich habe ich nicht verlesen gerade war doch silent hill oder wieso ich denn silent hill spielen das ist das noch was das noch mal hä äh da meint bestimmt resident evil aaaah oder meinst du resident evil oder meint ihr resident evil oder hä hä ich bin grad ein wenig verwirrt was ihr meint nein nicht das ist die also ja ich war jetzt so halb elf da ja ja und juckt mich nicht aber es gibt doch mehrere teile oder ja von silent hill natürlich gibt es mehrere teile von silent hill aber nicht für die playstation ältere spiele äh 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 ähm ich 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 mein es heilende aber seite gibt es doch gar nicht für die playstation 4 jetzt schon irgendwas ähm ja für die drei aber habe ich ja nicht und kann ich ja auch hier über die playstation ja nicht zeigen wenn dann nur über twitch und mit der capture card und was hab das habe ich beides ja nicht und ich habe die 3 ja auch nicht mehr ähm Deswegen. Ach, schon gut, ja. Der Herr neben mir hat mich aufgeklärt. Du meinst bestimmt Resident Evil. Revelation 2 würde ich auch gerne spielen. Ist ja auch geil. Sieht sehr cool aus. Sieht so ein bisschen danach aus, als wäre das auch so ein bisschen wie der erste Teil. Tun wir mal so, als wäre das nie passiert. Was hast du gesagt? Prost. Accept the gospel. Hey, noch sieben Stunden. Gleich. Um ein Uhr. Nicht jetzt. Na, 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 na. Scheiße, wo bin ich hier? Scheiße, Kamera noch da. Wie die Pritsche aussieht. Lecker braun. Wer weiß, wo der drin gelegen hat. Möchte ich gar nicht wissen. Komm, mach die Tür offen. Na! Geh weg! Geh weg von mir! Ja, ja, ich weiß. Hallo! Du, 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 du. So! Minecraft ist ein tolles Spiel. Hat der letztens jemand im Stream geschrieben? Ja, das stimmt. Macht auch Spaß. Das mache ich ja auch als Let's Play momentan. Ein bisschen. Down the train, down the train, down the train. Quiet! Quiet! Hallo, mein Freund! Gut! Boah! Tschüss So, äh, hallo Ah, jetzt Prost Achso, Minagriff ist ein Toll-Spill Hat letztens jemand geschrieben im Stream Achso Okay Oh Mann Unge-Drecht Unge-Ja, unge-Der Unge-Wat, unge-Der Das ist unge-Der Ja, kennt nicht unge-Der Unge-Der Das war unge-Der Unge Unge, unge mein ich ja Unge, nicht unge-Der, unge Unge-Wat war das gewesen, genau Ich hab das zusammen gelesen Ich hab schon, hallo's Boah Huh Lala Wenn's zu dunkel ist, muss ich sagen Ne, ne Machen wir die Helle Müssen die Kamera an Unge-Der Unge Mein ich ja unge Entschuldigung Mein Gott Jetzt amüsieren sich alle Hehehe Unge-Der Ist doch egal Ich kann ja immer Sie mich selbst Und meine eigene Doofheit Kann ich erlachen Wie doof ich doch bin Manchmal Auch in Spielen Das ist so Gesundheit Dankeschön Ich fang auch an langsam Ich glaub irgendjemand hat mich angesteckt Ich weiß, dass du es warst Du hast mich angesteckt Du hast mich angesteckt Hier fängst du ja Assholes Umgeflext Ja Wait Just a moment So Machen wir uns Knöpfchen drück Morgen Flex Hast du Schnauze voll von Resi Nö, ich hab's durch Galunax Ich grüße dich Willkommen zu Let's Play Live Und immer noch zum Marathon Stream Nein, ich hab nicht die Schnauze voll Ich bin durch mit Resi Haben wir 10 Stunden Resident Evil gespielt 6 Stunden Wann? 6 Stunden, ne, oder? Ja 6 6,5 Stunden GTA Online Ja, und jetzt Outlast Also ich bin der Kälte Wer weiß Du bist schuld Du bist schuld Du bist schuld Ich weiß nicht Du bist schuld Du bist schuld Du bist schuld Du bist ein klein schlaues Flexchen Flexi Witz Okay Oh mein Gott, hab's auch Hab's wohl auch Okay Äh, wie lange hast du für wir sind Schniebel, was hat denn Schniebel gebraucht? Schniebel? Was ist denn Schniebel? Äh, 10 Stunden hab ich noch gebraucht den Rest Also circa 10 Stunden haben wir noch gespielt Uah Was machst du denn da? Boah Welcher Spieligkeitsgrad? Welcher Spieligkeitsgrad? Kann ich Also viel sagen Das war leicht Äh Ich hab keine Ahnung Anstiegungsgefahr durch den Stream Ja, Alarmstufe Rot Juhu So Wir sind schon wieder in Anstalt Und Langsam kenne ich mich da besser aus Wie in meinem eigenen Wohnzimmer Ja So So Fuck yourself Silky, Silky Silky, Silky Silky Uah Silky Silky, Silky Wie viel Anlass gibt's hier eigentlich? Das wird nicht verraten Das bleibt ein Gehalten ist, wie viel Anlass es gibt Und außerdem die Anna A-N-N-A Plitsch, Platsch Anna ist nass Sie lachte Und sagte Ihr macht das Spaß Was? Äh Keine Ahnung Also Ich bin eh nur die Nummer 1 Eh was Mein Name ist Anna Dann haben wir noch Anakin Skywalker Gut Das ist super Und Lucy Anna Haben wir auch noch da Hilfe Die Invasion der Annas Hilfe Rettet mich Ich krieg Angst Was macht der Was macht der denn da? Hä? Der hat die Batterienackladen Trotzdem nicht voll? Was ist das denn? Ist ein Bug? Ah jetzt Okay Dacht schon Äh Sag welche Crew warst du bei GTA? Äh Momentan Noch Hat dich mal alleine angehört Jetzt gerade gar keiner Aber der AK AK7 Fitts immer das glaube ich Oder? Also durchzählen Ich heiße ja echt Anna Aber viele sagen Immer zu mir Ananas 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 Was ist das denn? Ich bin Anna Banana Was? Anakin fehlt eigentlich noch Ja? Anushka Anushka Schätzelein Schätzelein Rücken hab ich Schätzelein Rücken hab Geiner macht die Anna Nass 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 Such mal jemand ne Crew bei GTA Die Anna, die Anna, Anna ist nass, die Anna, die Anna, die Anna war das. Doch was macht die Anna da allein draus im Wald? Sieh, ihr ist so kalt, ihr ist so kalt. Im Wald werde ich auf sie warten und anschließend ihr ein Verbraten. Was bitte, was? Nein. Habe ich jetzt an? Ja, ich habe an. Wunderbar. Puh, anscheinend nicht, so. Und mich darf man heute auch Zombie nennen. Zombie. Zombie Anna. Anna, der mutierte Zombie. Ich will auch GTA zocken. Ich feiere das Spiel, aber ich darf es mir noch nicht kaufen mit 15. Oh, das ist natürlich... Ja, nicht sehr schön. Bitte was? Bitte was? Alter Frauenschläger! Nein, niemals. Es geht ja ab 18, nee, ab 16. Nee, es geht ja ab 16, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Ich meine, es ist ab 16. 18? Geht ihr erst 18? Wirklich? Okay. Dann doch ab 18, dann habe ich mich da verdammt. So, ich kann doch eine Batterie verbraten. Genau, GTA ist ab 16. Einen wunderschönen Sonntag, wünsche ich dir auch. So, ja, GTA lief schon. Das ist jetzt das dritte Spiel, also Outlast. Ich habe früh angefangen. Vor einer halben Stunde circa. In deinem Alter musst du da drüber gar keinen, was? Musst du ja keinen gefangen machen, Flex. Da kann man sowas vergessen. Ach so, okay. Das stimmt. 18, 18, 18, 16? Gedanken, ach so, ja, Gedanken, ja, ja. Kein Gedanken fassen, das stimmt. In meinem, in meinem Alltag. So. GTA muss da ab 12, sagen. Ich bin alt genug für das Spiel. Ich liebe die Grafiker und Auflösung. Wo ist er denn? Das ist Merkel. Wo ist denn das Merkel? Hallo? Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Aber jetzt kommt es. Ich will dir nur helfen. Ich weiß, ich dir auch. So. Wassersport. Wassersport? Oh ja. Wassersport macht Spaß. Habe ich mal in der Reha gehabt. Das hat nicht Fun gemacht. Was könnt ihr mir vorstellen häufiger zu machen? Wieso schlägt er nicht eigentlich im Tunnel? Weil er auf die Jagd auf mich ist? Ich bin jetzt hier den verrückten. Ich bin jetzt!" Vielen Dank.